Studium und Sport auf den Lehrgang zu verbinden, kann teilweise ganz schön anstrengend sein. Da muss man wirklich jede Gelegenheit zum Lernen nutzen. Zum Beispiel im Hotelzimmer am Schreibtisch oder in der Mittagspause auf dem Bett. Auch wenn die anderen Freizeit haben, muss ich ab und zu lernen. Ich versuche auch die kurzen Pausen wie vom Aufzug zu nutzen. Und sogar am Platz findet man hier und da mal Zeit zum Lernen. Und auch nach dem Spiel geht es fleißig im Eisbad weiter. Mann, Max, jetzt reicht es immer mit dem Lernen! Gut, ganz so schlimm ist es natürlich doch nicht. Und trotzdem fordert so eine duale Karriere wahnsinnig viel Überwindung und Opferbereitschaft. Umso mehr würde ich mich freuen, wenn ihr mir eure Stimme gebt und ich Stipendiat des Jahres 2013 werden kann.